Das neue Geldspielgesetz stellt sicher, dass weiterhin rund 1 Milliarde Schweizer Franken pro Jahr in gemeinnützige Projekte, in Sport, in Umwelt, in Soziales, aber vor allem in die Anfalle fliessen. Dank dem Geldspielgesetz schaffen wir weltweit den strengsten Schutz von Spülsucht und Kriminalität und genau darum sage ich am 10. Juni Ja zum Geldspielgesetz. Vielen Dank.